Und an der wird Mike Mohring nicht teilnehmen. Ich begrüße ganz herzlichen Erfurt, den thüringischen Fraktionen und Landesvorsitzenden der CDU. Guten Tag. Herr Mohring, auch wenn Sie heute bei der Konferenz nicht dabei sein können, was würden Sie die Kanzlerin am liebsten fragen? Denn Sie sind ja offensichtlich der Meinung, dass Deutschland es so auf diesem Weg jedenfalls nicht schafft, oder? Nee, erstens haben wir ja noch im Osten eine eigene Regionalkonferenz mit der Bundeskanzlerin. Aber die Kanzlerin wird mit Sicherheit aus der Basis das hören, was viele in der Union bewegt. Nämlich, dass wir zwei Dinge schaffen müssen. Die Flüchtlinge aufnehmen und Asylbewerber, die bei uns Schutz brauchen. Und trotzdem aber auch immer hinweisen, wir haben eine Aufnahme- und eine Leistungsfähigkeitsgrenze. Wenn die überschritten ist, dann wird es eher schwieriger. Erzählen Sie noch mal, was heißt denn das für Sie momentan in Thüringen? Und geben Sie uns mal ein Bild, wie viele Wochen halten Sie das noch durch, wenn der Zustrom so bleibt? Wir haben heute in den Nachrichten gehört, dass die ersten Landkreise gesagt haben, Sie haben eine Aufnahmestopp verhangen, weil einfach kein Platz mehr ist, keine Turnhallen mehr frei sind und keine leerstehenden Wohnungen mehr zur Verfügung stehen und sozusagen eine Aufnahmegrenze erreicht ist. Und das spüren wir überall, in Thüringen auch darüber hinaus, dass die, die vor Ort helfen, die Landratsämter, die Behörden, die freiwilligen Helfer, dass die an ihre Limits kommen. Und wenn wir wissen, es gibt noch weitere Flüchtlinge, in Thüringen werden noch bis zu 8.000 weitere erwartet, in ganz Deutschland mehrere 100.000, dann könnte es mit Blick auf die Wintermonate eher schwieriger werden. Und das muss man einfach berücksichtigen. Hilfe für die Schutzbedürftigen auf jeden Fall. Aber es muss ja dann immer klare Regeln geben, dass die, die vollziehbar abschiebefähig sind, dass die eben auch schnell wieder in ihre Heimat abgeschoben werden. Aber es werden mehr Asylsuchende kommen, die auch Asyl verdienen, als Deutschland wahrscheinlich aufnehmen kann. Heißt das, die Grenzen müssen irgendwann nicht gemacht werden? Nein, wir müssen jedenfalls regeln, dass bei den EU-Außengrenzen ein geordneter und nachvollziehbarer Zuzug erfolgt und sozusagen nicht ein unkontrollierter Flüchtlingsstrom auf Europa reinströmt, wie wir das jetzt sehen. Deswegen ist die Debatte über die Sicherung von EU-Außengrenzen richtig, die ja nicht heißt, dass wir uns abschotten wollen, aber dass wir einen geregelten Zugang bekommen und eben auch unsere eigenen europäischen Regeln einhalten, die von Dublin und die von Schengen. Und damit auch klar machen, wer über sichere Drittstaaten in Europa einreist, der muss auch dort das Asylverfahren zu Ende bringen und nicht erst warten, bis er in Deutschland ist. Und dann kommt es zum Asylverfahren. Und dann kommt es möglicherweise auch zur Überbelastung unserer Kommunen in Thüringen und in Deutschland. Herr Mehrering, wie wollen Sie gewährleisten, dass die Grenzkontrollen so laufen, und dass eben nur die kommen, die auch Zuspruch verdienen? In der Anspruch auf Asyl hat zunächst jeder, dass das Verfahren geprüft wird, egal ob ein Asylgrund vorliegt oder nicht. Es ist nur nicht automatisch ausgemacht, dass jeder eine Bleibeperspektive hat. Deswegen müssen die Verfahren deutlich schneller werden. Da gibt es ja nun ein großes Paket, was auch im Bundestag und im Bundesrat verabschiedet werden soll, wo wir hoffen, dass es eine breite Ländermehrheit gibt. Und wir müssen endlich in Europa regeln, dass die Asylrechtsfragen europäisiert werden. Das ist eine internationale Aufgabe, die kann Deutschland gar nicht alleine lösen. Die muss die europäische Gemeinschaft stemmen. Und unterm Strich muss sogar die internationale Gemeinschaft diese Aufgabe endlich stemmen. Da müssen die US-Amerikaner mit ins Boot, da muss Russland mit ins Boot. Herr Mehrering, wenn ich da kurz einhaken darf, sonst werden wir nie ein Ende kriegen. Wenn ganz klar ist, dass die Kanzlerin z.B. gestern Dublin beerdigt hat und etliche Staaten in Osteuropa z.B. nicht mitgehen bei der Politik, wie wollen Sie das? Wie soll die Bundesregierung das bundesweit und europaweit oder natürlich nur europaweit so durchsetzen, dass auch kein überbordender Zulauf mehr kommt? Ja, es müssen die Regierungschefs aus Europa sichern. Einen Tisch setzen, es hilft ja nichts. Die Leute spüren ja, bei der Griechenland-Krise haben auch jeden Tag ein Gipfel stattgefunden. Und die europäischen Regierungschefs müssen sich auf den Weg machen, weil wir in einer Wertegemeinschaft, in einer Friedensunion leben. Und da kann sich halt nicht eine Nation wegducken und die Last den anderen überlassen. Es müssen alle in Brüssel zu einer Lösung kommen. Und auch wenn es vielleicht noch ein paar Tage dauert, der Druck und die Führungsqualität, die muss halt Deutschland übernehmen, wenn die anderen sich eher in die Bücher schlagen. Morgen hat Herr Seehofer eine Sondersitzung seines Kabinetts und beschließt unter Umständen, zumindest hat er damit gedroht, Notstandsmaßnahmen. Das könnte ja unter Umständen heißen, dass temporär beispielsweise die Grenze geschlossen wird. Welche Notstandsmaßnahmen müssen auch in Thüringen getroffen werden? Naja, zunächst ist immer die große Frage, was passiert, wenn der Flüchtlingsstrom nicht abebbt. Und deswegen ist ja richtig, dass die Bundesregierung ein Asylpaket auf den Weg gebracht hat, wo zum Beispiel dazugehört, dass wir die Frage von Sozialleistungen bei den Asylbewerbern nachgedacht wird, wo klar ist, die werden wieder abgeschoben. Man muss die Sogwirkung bei den Asylbewerberleistungen mit Sicherheit begrenzen, damit Kraft ist für die, die hier einen Schutz brauchen, weil sie als Kriegswichtlinge temporär in Deutschland sind und für die, die auf Dauer da sind, weil sie politisch verfolgt werden. Und dieses Paket muss endlich auf den Weg kommen. Das braucht die Unterstützung und muss endlich Gesetzeswirkung entfalten. Und wir müssen mit Sicherheit regeln, dass die Unzulässigkeit von Asylfolgeanträgen noch in das Paket aufgenommen wird. Zehn Prozent aller Asylanträge in Deutschland sind Anträge von Asylbewerbern, die schon mehrfach abgelehnt wurden. Wir haben in Thüringen Fälle, wo bis zu 18 Mal der gleiche Asylantrag gestellt wurde. Und ich glaube, das überlastet alle, wenn wir da nicht Einhalt gebieten. Sagt Mike Mohring aus Thüringen. Herzlichen Dank. Gerne. Wiedersehen.